Simulator 2015 oder dem Kfz-Werk-Stattsimulator Meine Nachbarn denken sich um 2 Uhr nachts auch so, was haben wir jetzt für den kleinen Hitler hier in der Wohnung Ja, auf jeden Fall, wir sind zurück, weil es ein kleines, neues, frisches DLC gibt, das mir den Victor Freude-Strahlen zugeschickt haben Und das muss man auch sagen, zu Recht, weil wenn ihr jetzt gerade vor uns seht, die Autos sehen relativ irgendwie so aus, als wären die mit Lizenz Ja, das sieht nämlich daraus an, Kfz-Simulator hat einen kleinen Mercedes-DLC mit zwei